Willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung ist das? Willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung bitte. Hallo, ich hätte gern eine Bass-Dram. Mit oder ohne Druck? Oh ja, mit extra viel Druck. Dann hätte ich gern noch eine Hi-Hat. Hart oder weich? Eine frische. Darf es sonst noch etwas sein? Ja, ein Sechser-Bass. Mit welcher Soße? Sechser-Bass süß-sauer. Darf es sonst noch etwas sein? Ich habe die Bestellung bitte. Ihre Bestellung bitte. Das ist dann auch theyr. Bis zum nächsten Mal.